Oh, hallo, hallo, hört mich jemand? Mein Kopf ... Hallo. Ah! Alle Füße. Was ist passiert, wo sind wir denn hier? Hallo? Klim, Zinus! Goppe, Goppe! Hallo? Ja, ich seh dich. Ich seh euch auch. Ja! Ich muss rüberkommen. Klim, Klim... Boah, bin ich froh, dich zu sehen. Oh Gott, oh Gott, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Oh, Leute! Ich dachte schon, ihr werdet weg. Ey, guckt. Aua, 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 aua. Komm, ich dachte, ihr werdet weg. Es geht ab. Uuuh, Quatsch. Da ist jemand emotional geworden gerade. Ja, ich hab ein bisschen geweint vielleicht. Ey, wir sind hier auf einem... Aber Zinus, wo bist du? Sehr, sehr großen Baum. Wo seid ihr hingelaufen? Ich hab euch vorhin gesehen. Okay, ich baume mal hier ab. Ich baume mal hier ab. Ich nehme hier auch ein bisschen Holz mit. Ey, was ist da eigentlich passiert? Was ist da passiert gestern? Dorian, der hat uns verraten. Der hat uns gar nicht geholfen. Hä? Ich glaube, der konnte einfach nichts machen. War das nicht einfach Gaia? Gaia ist der absolute Bösewicht. Ja, ja, Gaia sowieso. Gaia hat ja hier... Gaia hat, glaube ich, doch diese Riesenstürme da erschaffen. Ja, Gaia hat die Welt gestört. Und dann wurde bei mir alles schwarz plötzlich. Wo sind wir eigentlich? Wir wurden weggetragen, sehr wahrscheinlich. Dino, vermisse. Lass uns bitte erst mal wieder filmen. Wo bist du? Wir wurden weggeschleudert. Ich seh Gomma. Ich seh Gomma. Wo bist du? Ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass ich von irgendeinem Stein da in diesem Sturm getroffen wurde. Und dann wurde alles kurz schwarz. Und jetzt bin ich jetzt... Wo bist du denn, Zinos? Ich such gerade einen Ort, wo wir herunterspringen können. Ich such gerade dich. Ja, ja. Wo bist du? Ich habe schon... Oh Gott. Ich sehe... Ich habe Gomma kurz gesehen. Warte mal. Da muss er ja hier hinten irgendwo sein. Zinos. Oh, bist du gar nicht bei uns? Aber ich höre dich ja. Wo ist er? Ich habe... Ja, ich sehe dich Gomma links. Hinter dir jetzt. Da. Oben. Hi. Ich sehe auch Klim. Ich sehe dich nicht. Zinos. Ich habe dich vermisst. Wo ist er? Jetzt halt da wieder. Wo ist er denn? Ach, da oben. Zinos. Zinos. Jetzt müsste ich erst... Okay. Klim ist nah am Wasser gebaut. Okay, Zinos, kommt mal alle mit. Papa, Gomma bringt euch jetzt mal nach unten. Okay, Papa. Ich kriege langsam Hunger. Ja, kein Problem. Das geht hier runter. Zinos ist erstmal risky. Alter, wo sind wir hier? Ja, ich wollte auch gerade sagen. Habt ihr nicht ein bisschen Angst, dass Gaia hier noch sein könnte? Eine Mutprobe. Okay. Oh Gott. Geronimo. Das hat geschmerzt. Hier unten ist irgendwo Wasser, habe ich gerade gesehen, oder? Können wir hier... Oh Gott. Komm, Vorsicht. Kommen wir hier lebend runter? Wir kommen hier runter, ja. Kommen wir hier runter? Ich schubse dich mal. Nein, bitte nicht. So. Ey, wo sind... Guckt euch mal... Guckt euch das mal hier an. Hier ist so ein explosiver Typi da unten. Ah, so ein grüner, ne? Ja, nein! Nein! Oh Gott! Oh nein! Er hat's überlebt. Holz! 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 Pass auf, hier sind überall... ...hier hat uns Holz gebracht. Nein, aber mal... ...fiese Dinger. Guckt euch mal diesen Baum von unten an. Guckt euch diesen Baum von unten an. Ich hab das auch gesehen, ne? Geradeaus, als ich hier runtergegangen bin. Dieser Baum ist ja krass. Guckt euch mal da hin? Ja. Alter, das ist ein Riesenbaum. Wo zum Teufel sind wir hier? Oh, ich bin unter... Und was ist das? Leute! Es wird gerade Nacht. Hier hat anscheinend jemand gebaut. Wo seid ihr denn? Ich hab schon Hunger. Lasst uns dieses Tier hier töten. Ah, hier. Okay, warte. Ich mach mir mal... ...ein Schwert. Ja, das ist eine gute Idee. Mach ich auch mal besser. Hä, guck mal. Was ist das denn? Ja, hier gibt's auch Ästen. Das ist sehr gut. Wo gibt's? Ach ja, hier. Oh, lauf ich direkt drüber. Oh, fuck. Ich bin gerade festge... Hütte von Petrit und Revi. Was? Wir suchen Überlebende. Steht hier. Wir sind Überlebende. Hinterlasst uns eine Nachricht. Wir suchen euch alle. Ich bin am Leben. Gamers Time. Soll ich ein Schild machen? Ja. Zinus, Zinus, Zinus. Für uns direkt. Zinus, hier. Guck mal hinter dir. Ah, danke. Ich hol uns Nahrung. Ich mach hier auch ein Schild hin. Äh, wir sind am Leben. Ich schreib nur Zinus hin. Ja? Dann schreib... Ja. Dann mach ich jetzt ein eigenes Schild. Nein, Spaß. Ich hab... Hier. Ja, perfekt. Er verfolgt mich so ein Hautloser. Wo bist du? Er verfolgt mich nicht mehr. Alles cool. Ich bin hier hingelaufen. Okay. Ey, hier gibt's Essen. Schnappt euch erstmal Essen hier. Guck mal. Oh. Ja, wir brauchen auf jeden Fall... Guck mal, da hinten sind die Bären. Genau, sehr gut. Die gefährlichen Bären, sondern die Bären. Welche Bären meinst du? Diese lilanen hier? Oh nein, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ey, aber wie konnten wir das überleben, ne? Das war echt krass. Ich bin da hochgeflogen. Oh Gott. Ich war noch nie so hoch. Wirklich nur beim Leben abgeschlossen. Also ich hab jetzt nicht erwartet, dass ich nochmal aufwachen werde. Und anscheinend leben ja die anderen auch noch. Aber vielleicht haben wir auch Verluste. Teilweise, ne? Es haben hier noch nicht alle hingeschrieben. Oh, ich versuch mal hier die... Was haben wir? Von so einem Fleischlosen verfolgt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Leute, hier ist es richtig gefährlich. Ey, was ist denn los hier? Revi ist da. Revi ist hier. Hi. Wo ist Revi? Bei seiner Festung. Leute, ich renne zu euch. Festung? Das ist ein Häuschen. Ja. Aber Revi wirkt irgendwie anders. Der macht nichts. Oh oh. Hilfe. Ihr lebt? Was wie? Ich dachte, wir seien die einzigen. Wartet. Oh, er gibt uns Nahrung. Er gibt uns Nahrung. Hilfe. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Hier, komm und nimm Essen. Hier. Schnell, schnell, schnell. Oh, das ist super. Wir... Das gibt es ja nicht. Danke, danke. Ey, guck mal hier in den Ofen rein. Hier ist was drin. Was denn? Das kann man anscheinend in den Ofen reinmachen. Guck mal oben. Oha. Das hab ich schon mal gesehen. Wo hast du das denn? Das war hier im Ofen. Oh. Ja, guck mal, was er in der Hand hält. Hat jemand noch was zu essen? Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Schaut mal, was ich hier halte. Hat jemand noch zu essen? Äh, pass auf. Das ist daraus entstanden. Ich brauche noch was zu essen, Leute. Bitte, mir geht's echt nicht gut. Du kannst das im Ofen nehmen. Was hast denn du da? Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie so... Zeig mal. Hier. Guck dir das mal an. Das hatte ich... Also diesen anderen Block, den hab ich schon mal gesehen. In den Höhlen, wo ich schon mal drin war. Levi hatte aus dem ein Schwert gemacht, hab ich gesehen. Guck mal. Ja. Echt? Zeig mal das... Er hat das... Er hat es auf dem Rücken, gell? Oh nein. Was hattest du da in der Hand? Zeig... Zeig uns das mal. Oha. Alter. Das... Das kann man anscheinend daraus machen. Das hat die gleiche Farbe. Das ist Eisen. Das ist das, was ich in der Hand halte. Eisen. Eisen, das sagt mir auch irgendwie was. Ja, das stimmt. Das ist Nelson, sagt er. Okay, danke. Okay. Dankeschön. Danke. Hä? Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo wir das herbekommen. Ja, in den Höhlen. Ich hab das doch schon mal gesehen. In den Höhlen finden wir das. Frag ihn mal, ob wir uns zusammenschließen sollen. Weil hier in dieser gefährlichen Welt müssen wir zusammenarbeiten. Aua, aua, aua. Soll ich das schreiben? Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ja, schreib mal. Ich kann grad nicht schreiben. Ich helfe, komme. Okay. Oh. Perfekt. Immer wieder. Gerne. Danke, danke. Ja, es regnet hier. Also, keine Ahnung. Revi ist ja nicht mehr so böse wie Revi. Gaia ist ja weg. Der Blutmund ist auch weg. Schaut euch das an. Es ist nicht mehr rot irgendwie hier bei Nacht. Wir sind in einer komplett neuen Welt. Ist viel stärker als Stein und Heldlänger. Okay, er schreibt auf jeden Fall. Wir wollen in dieser neuen Welt zusammenarbeiten. Wollen wir dann uns hier auch irgendwo ansiedeln? Gaia hat uns verraten. Ja, würde ich sagen, um den Baum herum. Oder? Irgendwie, dass wir hier bleiben. Vielleicht treffen wir noch andere. Ich finde, den Baum, den kann man halt von überall gut sehen. Das ist ein guter Treffpunkt. Bei dem großen Baum. Warum? Das weiß, da weiß jeder Bescheid. Sofern die anderen hier gelassen sind. Wir wollen auch beim großen Baum suchen, wo wir vielleicht uns ansiedeln sollen. Ich habe das Gefühl, wir sollten alle zusammenbleiben, weil ansonsten überleben wir in dieser gefährlichen Welt nicht. Ja, ich auch. Hat jemand von euch noch Leuchtstäbe? Oder ich glaube, die Dinger heißen Fackeln, oder? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Ja, Fackeln. Ja, dann haben wir einen breiteren Gang. Ja, das ist umso besser. Wollen wir uns nach unten graben? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur ein paar Steine holen. Vielleicht ist hier in der Erde irgendwas Besonderes. Vielleicht finden wir hier die schwarzen Steine oder so. Also diese für die Fackeln. Es ist so dunkel hier. Ja, wir bräuchten auf jeden Fall mal was davon. Da, du hast schwarzes Stein gefunden. Da, Gomme. Vor dir. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ach, da, ja. Es ist so dunkel jetzt. Ah, hat jemand noch ein Holz für mich? Ich habe vier Stück jetzt. So. Ich mache auch mal eben welche. Ich setze hier eine hin, damit du alles siehst. Okay, perfekt. Viel, viel besser. Da fühlt man sich viel wohler hier unten. Gaia alleine hätte gar nicht die Stärke gehabt, aber er hat halt die anderen da leider überzeugen können und gegen uns aufgehängt. Ah, ein Dings, greift mich an. Nein. Oh Gott. Nein, ich bin gleich taucht. Ich habe doch gesagt, da oben zu machen. Du meinst es, da ist nichts. Ja, ich habe mich ver... Oh Gott. Hast du ihn getötet? Ja, ich habe es getötet. Ey, was habe ich denn hier gefunden? Hä? Was denn? Guck, 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 guck. Hä? Das habe ich noch nie gesehen. Was denn? Ich will es auch sehen. Schaut mal. Hä? Wir sollen uns jetzt erstmal an Eisen ranhalten. Ich habe hier Eisen gefunden. Ich habe Eisen gefunden. Hast du Eisen gefunden? Ja. Sehr gut. Baut das ab. Baue ich ab und bin da oben. Und wir brauchen noch von diesem schwarzen, damit wir den Ofen anziehen. Ich habe 36 davon. Okay, ja, dann kommen wir auch schon mal direkt hoch. Dann lasst alle nach oben schnell, okay? Ja, alle nach oben. Lasst uns oben nochmal treffen gerade und lasst uns auch schnell braten. Und dann können wir in Ruhe weitergraben, aber wir brauchen alle bessere Sachen. Wir können vielleicht sogar das schon herstellen. Stell dir vor, wenn das noch brät, können wir... Ich weiß ja, wie man so ein Schwert macht. Ja, so ein Schwert ist ja nicht schwierig, ne? Genau. So, ich packe mal unten ein bisschen was rein und oben auch. Dann können wir da zwei Sachen gleich machen. Wie viele Eisen hast du denn gefunden? Nur fünf. Das geht ja auf. Stimmt, du hast auch noch eins in dir gehabt. Ja. Ja, perfekt. Teilen wir das auf. Lass das kurz braten, essen können wir nachher. Oh, es regnet. Irgendwie regnet es hier immer in dieser Welt. Mhm. Ich frage mich auch, was der große Baum auf sich hat. Ich habe noch nie so einen großen Baum gesehen. Und er ist auch beleuchtet. Das ist das. Nein, der Baum, okay, er ist groß. Aber was bedeuten diese Lichter da dran? Richtig komisch. Er ist fast so hoch wie unser Turm, den wir gebaut haben. Ich pflanze hier mal wieder ein paar Bäume, damit wir Holz bekommen. Ja, sehr gut. Okay, das Eisen ist fertig. Ich baue auch mal so ein Schwert. Jawohl, ich habe ein Schwert. Ich habe ein Schwert. Ich habe auch eins. Yes. Ich werfe das zu. Da fühle ich mich auf jeden Fall. Oh, warte, warte. Habe ich was angesagt? Hat jemand noch ein Holz? Oder eins nicht? Äh, ja. Werfe ich dir auch zu? Es ist unglaublich. Ich fühle mich richtig stark mit dem. Zeigt mal eure Prachtexemplare. Äh, aber nicht anfassen vorne an der Klinge. Das ist richtig scharf. Dinos, ich verbeuge mich vor dir. Äh, lol. Okay, dann mache ich mal folgendes. Und ich mache mal, glaube ich, folgendes. Ich will mich auch hinlegen. Wir sehen auch alle wieder normal aus. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ey, mein Kopf ist wieder normal. Ey, dein Kopf ist gar nicht mehr klein, Gomme. Wunderbar. Cool, cool. Hä? Ich hinterfrage das Ganze immer mehr. Alles neu hier. Krass Sache. Wie komisch das ist. Ja. Ich verstehe noch nicht alles. Vielleicht finden wir die Rätsel oder können wir diese Rätsel lösen. Die Antwort finden wir bestimmt irgendwo vielleicht in dem Baum. Und vielleicht irgendwo hier in der Welt ist die Antwort auf all unsere Fragen. Richtig. So ist es. So, das wäre es auch schon wieder mit der nächsten Folge von Empire. Viele Fragen stehen offen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und hoffen, dass ihr genauso gespannt seid wie wir, wie es hier so weitergeht. Ansonsten würde uns eine Bewertung freuen. Haut rein, schönen Tag noch und schön mit Ö. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.